In diesem Video erklären wir Ihnen, wie Sie ein Adubase-Konto erstellen und Ihre E-Books aktivieren. Den Code erhalten Sie entweder per E-Mail, von Ihrer Lehrperson, zusammen mit Ihrer Rechnung oder Sie finden ihn direkt im gedruckten Buch. Um auf den Adubase-Reader zuzugreifen, geben Sie in Ihrem Browser adubase.ch.go ein. Zuerst können Sie ein Adubase-Konto anlegen. Damit werden Ihre E-Books, Annotationen und Lesezeichen auf allen Geräten synchronisiert und angezeigt, auf denen Sie sich einloggen. Um ein Konto anzulegen, klicken Sie auf Registrieren. Sie können wählen, ob Sie sich mit Ihrer E-Mail-Adresse und einem Passwort registrieren oder ob Sie ein Social-Media-Login verwenden möchten. Sie können sich auch mit einem bestehenden Office 365-Account anmelden. Wollen Sie sich mit Ihrer E-Mail-Adresse und einem Passwort registrieren, dann füllen Sie diese Felder aus und klicken Sie auf Registrieren. Haben Sie sich mit Ihrer E-Mail-Adresse und einem Passwort registriert, dann sendet Ihnen Adubase eine Bestätigungs-Mail. Öffnen Sie die Mail und klicken Sie auf den Bestätigungs-Link. Glückwunsch! Sie haben erfolgreich ein Adubase-Konto erstellt. Nun können Sie sich bei Adubase mit Ihrem Konto einloggen. Gehen Sie dazu wieder auf die Adubase-Website und klicken Sie auf Anmelden. Loggen Sie sich mit Ihrer E-Mail-Adresse und Ihrem Passwort ein. Nun sehen Sie Ihre Bibliothek im Adubase-Reader. Um Ihr E-Book mit dem zuvor erhaltenen Aktivierungscode zu aktivieren, klicken Sie auf das Pluszeichen. Tragen Sie hier den Code ein und klicken Sie auf Aktivieren. Dieser Schritt ist nur einmal nötig. Ihr E-Book wird nun aktiviert und mit Ihrem Konto verknüpft. Alle aktivierten E-Books erscheinen in Ihrer Bibliothek. Jetzt können Sie Ihr E-Book öffnen und mit dem Lernen beginnen. Verwalten, lesen und bearbeiten Sie E-Books im Adubase-Reader.